So YouTube, hallo hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir spielen eine kleine Runde von unserem Custom Local Game, nehmen unser Preset wie immer, denn wir machen Pinpointing, 30.000 Punkte und 5 Runden, unendlich Zeit. Und ich würde sagen, wir gehen rein da. Mal gucken, was wir heute alles entdecken. Wir lassen uns natürlich entsprechend Zeit und ich bin gespannt, was wir da so schaffen. Let's go! Prepare yourself. Ich sage, wir kommen an in Chile. Nee, nee, Linksverkehr, Lighthouse Road, Neuseeland, Südafrika. Clarkspark, for sale. Irgendwie passt die Straßenqualität nicht zu den Neubauhäusern hier. Leider kann man auf dem Schild mit der Kartoffelkamera nichts erkennen. Wir stehen nicht genau vor dem Schild, das ist auch immer ein Thema. Okay. Direkt Meer, offenes Meer Richtung Süden. Auch interessant, da könnte was stehen. Da ist so ein Rad, ein Wagenrad. Aber da kommen wir nicht hin. Ah, shit. Da sind aber so Hinweise. Ah, kacke. Da, nicht, dass da, aber eine Karte hängt da nicht. Okay, wir fahren einfach mal ein bisschen. Bis wir irgendwo hinkommen, wo mehr zu erkennen ist. Okay. Da könnte eine Karte sein, aber da kommt man auch nicht hin. Gab's gar keine Abfahrt für uns. Schade. Okay. Wirkt auf jeden Fall australisch, neuseeländisch gerade. Aber könnte auch eine von den Inseln sein. Historic Cemetery. Ja, ja, ja. Ich hatte einmal so Weihnachtsinsel oder so, aber die hat nur eine Straße um den Flughafen rum. Die dürfte das nicht sein. Der ist auch, wirkt auch anders. Aber nicht, dass es irgendwie sowas ist, wo dann da irgendwie so ein so eine, so eine... Sag mal, sind wir schon einmal rum? Wie fahren wir im Kreis, kann das sein? Aber warum gibt's denn eine Straße? Okay, was haben wir da? Ah, das sieht nicht alt aus. Sieht alles so fake alt aus, nicht? Als ob die Sachen eigentlich schon immer da waren. Hm. Auf jeden Fall an der Küste. Das sollten wir dann, wenn wir wissen, in welcher Ecke wir sind, relativ schnell finden können. Hm. Oh no. Ist hier Ende? Hier ist Ende. Ähm. Jo. Alles klar. Wir sind auf irgend so einem kleinen Scheiß. Hä, warum baut man so eine krasse Straße hier hin, die weder nach links noch nach rechts geht? Ich mein, wie kommen denn Autos hier überhaupt hin? Hä, hab ich irgendeinen Abzweig verpasst gerade? Ich mein, außer da bei den Häusern, dass man von da kommt, wo wir starten. Oder hier runter? Ah, hier runter. Aber da komm ich doch auch nur zu so einem Aussichtspunkt, nicht? Der mich, ah, und da komm ich jetzt hoch. Hä? Aber ist das nicht genau der Aussichtspunkt gewesen, wo ich gerade war? Bin maximal verwirrt jetzt. Okay, also hier kann man jetzt unten langfahren. Aber, ja, okay, jetzt ist, hier ist Dead End. Okay, von hier kamen wir also nicht mein, sieht krass aus. Das heißt, die Straße bringt uns nirgendwo hin. Wir können hier reinfahren, das könnte uns also helfen. jetzt fahren wir nach Norden. Das heißt, nach Westen sind wir in irgendeiner Sache, wo es nicht weitergeht. Das ist schon mal gut. Westen und Süden ist Banani. Okay. Das könnte wirklich entweder, oh, hat uns wieder gedreht. Ähm, auf irgendein australischen vorgeschobenen Island-Ding sein? Oder Küstenregion? Hm. Man kriegt ja gerade keine Hinweise weiter. Das ist so ein bisschen problematisch. So grob nicht, aber man kann ja nicht alles absuchen, ob irgendwo an der Küste so eine Straße ist mit Dingle Dongles. Nachher ist es Amerika, Sumor oder British irgendwas und ich lieg komplett falsch. Ja. Und dann sucht man sich halt einen Wolf. Hier haben wir doch mal was. Adam Lindsay Gordon's Cottage. Okay. Ja, ich dachte, German Reserve. Ach, ne, Germain. Germain Reserve. Ähm. Ja, hier geht's überall lang. Ich speichere mir das mal ab. Gerade aus oder links? Ich fahre mal nach links. Wieder nach Westen. Wir versuchen immer erst mal eine Richtung abzuschecken. Nicht immer die westliche. Weil die anderen haben ja bisher nichts gebracht. So die paar Häuser, die da zum Kaufen sind am Strand haben auch nichts gebracht. Oh, hier komme ich nicht wirklich weiter. Man sieht's auch, die Bilder sind relativ alt. und wenn ich jetzt gucke, von wann die sind, wahrscheinlich 2024. 2013. Boah, das ist schon echt alt. Das heißt, das kann auch schon alles ganz anders aussehen. Bei so alten Bildern. Wow. Okay, früher sind die hier mit Kutschen lang. Alles klar, macht auf jeden Fall Sinn. Und da gibt's einen Leuchtturm. Aha, aha. Wir haben wieder was gelernt über diese Ecke. Spannend. Und ich glaube, jetzt haben wir mal eine große Straße erwischt. Misted Road. So, die führt uns wahrscheinlich nur zu dem Leuchtturm. Also viel größer ist die auch nicht. Okay, jetzt mal wieder nach Norden. Nach Süden fahren wir auf keinen Fall mehr. Wir fahren Westen oder Norden. Westen oder Norden. Wahrscheinlich, wenn ich in die andere Richtung gefahren wäre, hätte ich schon längst einen Hinweis. Wahrscheinlich habe ich mich genau falsch entschieden. Weil bei einer 50-50 Chance falsch zu liegen, und das war sogar eine 25% Chance, obwohl, nee, eine 33, weil wir kamen ja von Süden. Das wäre doof, wenn ich da wieder hinfahren würde. Bei der 33% Chance kann ich sogar richtig krass daneben liegen. Ich liege bei 50-50 nämlich zu 100% daneben, aber bei 33% Wahrscheinlichkeit, da liege ich ja minus 33% daneben. Was dann hier eigentlich wieder Plus wäre. Also eigentlich müssen wir richtig fahren gerade. Wenn man sich hier die Unterschiede ansieht, nicht? Also in die Richtung wird kaum was liegen. Die haben die zwar irgendwann mal ausgebaut, weil da vielleicht eine Siedlung entstanden ist. Aber so großartig ist da nichts los. Und da im Süden Wasser liegt, ist Nord natürlich die clevere Geschichte, nicht? Dass man da langfahren kann. die hier kommt auch echt gar nichts, nicht? nicht mehr ein Schild am Rand. Hier ist immer was. Grey Pots. A Loot. The Canemakers. Gordon Dr. Dean. Ah, Mython. Mython immer stark. Grant. Council of Grant. Grant. Okay, Council of Grant sind wir. Wo auch immer Grant ist. Hier schon wieder mit dem Pferdedingern. Scheint in der Ecke eine Bedeutung zu haben. Wahrscheinlich ist das die alte Siedlerroute in Neuseeland rein oder sowas. Irgendwie in die Richtung muss das gehen. Ja, hier auch wieder. Warte mal, er hat uns gedreht. Ich hasse es. Das Problem ist, so in der abgelegenen Ecke kommt halt auch erstmal nicht viel. Wir müssen bis an die große Straße ranfahren. Also beim letzten Mal war das in Neuseeland, als ich an so einer Strecke war. Und zwar irgendwo... Ich weiß nicht, war das hier? Nee, ich glaube, das war... War hier. Und dann waren wir da mitten irgendwo auf diesen Feldern. Obwohl, das war Wald hier. Oder hier oben, aber da war ja... Wir hatten ja im Süden nix mehr. Süden und im Westen. Aber wir können durchaus hier irgendwie in sowas halt sein. Zum Beispiel hier... Wallis Beach. Hier ist Pounter... Ja, okay. Das... Die Ecke sieht für mich auf jeden Fall interessant aus. Aber es gibt keine Straße, die direkt an der Küste hier ist. Das ist das Einzige, was nicht passt. Hier ist halt mal so ein Stück. Aber wir konnten hier richtig lange da langfahren. Und dann immer wieder ran. Und das hier geht ja nach Norden weg. Wir hätten nach Süden. Und nach Süden ist hier eigentlich nix. Hier sind einige Leuchttürme. Aber das kann halt auch hier sein. Hier. Da brauchen wir mehr Informationen. Das kann auch hier natürlich sein. Wobei ich die Ecke ausschließen würde. Die kennen wir so ein bisschen. Ich meine, hier kommt man runter. Aber die Straße zurück würde fehlen. Und unsere Straße ist ja recht gerade. Und es geht immer links, rechts weg. Aber wenn wir an sowas sind, müssten wir halt bis hierhin erstmal fahren. Ja. Das kann dauern. Das kann dauern. Außer im Norden ist jetzt auch Wasser. Das sieht verdächtig danach aus. Dann wären wir auf einer... westlich gelegenen... irgendwas. Oder es geht da hinten einfach nur sehr weit runter. Aber das sieht irgendwie nach... Nicht aus, als ob es da wirklich noch lange weiter geht, oder? Ah, da doch. Das könnten auch Berge sein. Doch, da ist eine Stadt hinten. Okay, das ist eine Stadt. Das sollte passen. Ich dachte erst einmal, Hintergrund, die dunklen Sachen, ist Wasser. Dann hätten wir jetzt ein Problem. Dann müssen wir nach Osten wirklich fahren. Aber noch nicht ein Schild, wo wir uns befinden, wie der Ort heißt, oder irgendwas. Nur zwei Kartoffel abfotografierte Schilder mit einer Kartoffelkamera von 2013. Wow. Das hilft natürlich nicht. Oder sowas wie... Reduce Speed. Ach echt. Sag bloß. Hätte ich schon jetzt nicht gedacht. Nenne ich mal ein Auto, was entgegenkommt? Ne, warte mal. Hä? Er überholt uns, oder was? Ne, wir... Achso, wir fahren ja links. Ja. Ich wollte gerade sagen, hä, der ist Rechtsverkehr. Der fährt doch rechts. Aber ne, der fährt ja auch links. Verwirrend. So, jetzt sind wir wieder in so einer Kreuzung. Und da steht immer noch nichts dran, außer den Straßennamen. McDonald. Das sieht... Echt alles verwirrend aus. Carpenter Rocks. Blackfellow Caves. 18 Kilometer. Old Boundary Road. Okay. Ich weiß nicht. Da oben sieht es irgendwie bevölkert aus. Da will ich hin. Das ist das Einzige, wo ich jetzt noch vielleicht... Ne Chance hätte. Schon 16 Minuten. In dieser Runde. Wow. Und dabei sind wir in Neuseeland. Eigentlich nichts, wo man sagen würde, oh, schwer. Aber wenn man natürlich so einen Punkt wie den hier erwischt... Oder Australien irgendwo. Dann... Ich weiß, viele können einfach anhand der Wolken natürlich genau sagen, wo wir sind. Und anhand der Grashalme kann das nur... Blablabla sein. Aber... Wir wollen handfeste Beweise. Auch echt weit ab vom Schuss hier. Und ein paar Schafe. Endlich mal. Mal was lebendes hier. Und da hinten ein paar Mukus. Das ist einfach nur lang. Lang und leer. Lang und leer. Und lang und leer. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass da, wo es links in die Stadt geht, mal irgendwie dran steht, wie diese Stadt heißt. Vielleicht kann man vom Namen her irgendwas erahnen. Dass da irgendwie... Ähm... Weiß ich nicht. Queenstown... Ecke... Blablabla oder so dran steht. Hier endlich mal ein Schild. Generell. Irgendwas drauf steht. Das hilft ja schon mal so ein bisschen. Gra... Gave Pac-Man. Wheeling Spelling. Give way. Oh. Parrish. Es ist die Frage. Die Straße sieht nicht aus, als ob da wirklich... Großartig was kommen könnte. Jetzt waren wir die ganze Zeit Osten. Also im Westen ist nicht mehr viel. Im Norden... Weiß ich nicht. Sieht auch nicht aus, als ob da... Wir sind also in so einer ländlichen Ecke, die südlich nicht mehr weiter geht. Und östlich... Äh, westlich... Und nördlich anscheinend durch irgendwas Begrenztes. Vielleicht eine Autobahn oder so. Wo die Felder denn enden. Und wir können da gar nicht langfahren. Ich meine, ich hätte mich vielleicht mal über so eine... Ja, Straße langwehen können. Aber wer weiß, wie weit wir da gekommen wären. Das Gute ist, ich glaube, ich muss nicht mehr an unseren zwischengespeicherten Punkt zurück. Weil, da kommen wir an der gleichen Stelle raus wie hier. Nur, dass wir erstmal östlich waren und dann nördlich. Das heißt, da hätten wir gar keinen Vorteil. Weil die muss ja parallel zu der hier verlaufen. Wenn südlich Wasser ist, kann die ja gar nicht woanders hin. Oh. Die sieht doch größer aus. Das sieht doch in einer Straße aus. Auf die wären wir dann auch gekommen, wenn wir nach Osten gefahren wären. Die sieht noch was aus. Die hat auch so eine Spurhalte, nicht Einschlaf-Noppis. Das ist schon mal gut. Oh Mann, da wird nichts kommen auf der Strecke. Aber hier sind viele Autos unterwegs. Ist immerhin ein Hinweis, dass wir uns auf die richtige Route begeben. Wo wir vielleicht irgendwo mal ein Schild kriegen. Oh Mann. Oh no. Ich hasse es. Also in echt liebe ich es, wenn ich mit einem Rad unterwegs bin, an so eine Kuppe komme und dann weit in die Ferne gucken kann und da nichts ist. In diesem Spiel, wenn ich mit dem Auto hier um einen Hügel rumfahre und dahinter sehe ich einfach nur eine lange Straße, wo nichts ist, dann bin ich enttäuscht. Also, ach du Kacke. Jetzt haben wir auch noch mehr Kartoffelbilder dazwischen. Die waren ja noch älter gerade. Ich meine, die hier sind jetzt von... Normalerweise steht das da. Da habe ich es gesehen. 2029. What? Die kommen aus der Zukunft. Ah, so sieht es dann noch gar nicht aus. Hä, wo steht denn jetzt? 23. Ah, okay. Das sah da hinten nur wegen der Wolke wie eine 9 aus. Naja, gut. Die Straßen von der Qualität her sind ganz anders, nicht? Die Linien sind gerade, die Straßen sind gerade. Unsere Straßen sind immer krumm und schief. Die Einzeichnungen sind krumm und schief. Als ob jemand, der betrunken ist, die eingezeichnet hat. Hier hat man auch rechts zur Not ein bisschen mehr Platz, nicht? Auch nicht viel. So wie in Afrika, da machen sie das cleverer mit den Straßen. Da haben sie wie einen Gehweg noch links und rechts. Auch an den großen Straßen, so wie hier. Das macht halt schon viel aus. Dass man auch mal ausweichen kann, wenn irgendwas ist. Ah, da ist ein Schild. Deterior for Heavy Vehicles to Pinola and Millicent. To Victoria. Okay. Adelaide. Victoria. Würde ich jetzt mal spontan denken, dass es das hier ist. Dann könnten wir irgendwo hier, wenn das hier nach Victoria geht. Pinola. Und Millicent. Millicent. Ja, wir sind genau hier. Okay. Das war ja dann nicht mehr schwer. Es reicht manchmal ein kleiner Hinweis, nicht? Erst dachte ich Neuseeland. Dann sieht man Victoria. Dann weiß man ungefähr, ah, okay, das ist das. Vielleicht gibt es eine Stadt, die so heißt. Aber nee, dann guckt man in die Ecke. Dann sieht man Millicent. Und dann hat man es. Cool. So kannst du auch mal gehen. Und dann sind wir irgendwo hier unten. Guck mal, hier ist auch die Straße, die dann nicht mehr weiterging. Ja, ja, ja. Hier sind die beiden Parkplätze, auf denen wir gelandet sind. Dann kamen wir von hier und dann stehen wir nämlich dort. Bango. So, hier haben wir den Namen. Lighthouse Road, Springs Road, Klonk. Und ich würde sagen, ich zoome ran und stelle uns dahin. Finish. 6,60 Meter, natürlich. Aber passt. Wir haben es gefunden. Aber da mussten wir echt lang fahren, bis das erste Schild kam. Aber guck mal. Wäre ich nach Osten gefahren, hätte ich sofort gefunden. Es ist, wie ich gesagt habe, ich bin erst nach hier, keinerlei Hinweise. Dann bin ich nach hier und anstatt nach rechts bin ich nach links. So, und dann hier ist natürlich nichts, weil hier das Wasser ist. Deswegen bin ich auch nicht weitergekommen. Und nach Norden wäre dann nur noch Felder gekommen. Deswegen konnte man da auch oft nicht weiterfahren. Oder nur in so Sandwege rein. Das hätte also auch nichts gebracht. Wäre ich hier noch weiter nach links gefahren, hier wäre nichts gekommen an Hinweisen. Also Blackfellow Caves stand ja 18 Kilometer dran. Da wäre nichts gekommen. Carpenter Rock stand dran. Pelican Point, ja, wenn man das nicht kennt. Aber German Flat. Huh? German Flat hier hinten. Und hier stand irgendwie Germain Reservat dran. Okay. German Creek. Oh, German Creek, German Flat und Germain irgendwas. Ich würde sagen, da ziehen wir hin. Alle Mann, oder? Scheint ja uns zu gehören. Klasse. Runde zwei. Wo geht's jetzt hin? Ich würde sagen, Schiele. Oh, 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 okay. Ähm. Ich würde nicht mal sagen, dass wir da schlecht mit liegen mit der Ansage. Wir fahren erstmal nach Westen, merken wir uns. Westen. Nicht, dass ich wieder vergesse, in welche Richtung wir fahren. Und da kommt schon ein Schild. Vielleicht hilft uns das schon weiter. Laguna Hüanacota. Hüanacota. Laguna Hüanacota. Ach so. Das heißt der hier. Okay. Laguna Hüanacota. Laguna Hüanacota. Laguna Hüanacota. Laguna de la Azufera. Eine Straße wäre gut, wenn die in der Nähe wäre, nicht. De Maricaguna. Ich glaube, viel bessere Hinweise werde ich erstmal nicht kriegen. Ich meine, wir müssen auf einer weißen Straße sein. Und Laguna Hüanacota. Laguna Hüanacota. Wie heißen die hier? Die haben gar keine Namen bei denen. Gibt es hier irgendwie? Ich meine, der ist auch sehr klein. Ich weiß nicht, ob der wirklich eingezeichnet ist dann. Dina Brunner. Ja. Was haben wir hier? Mascaputa. Migunes. Thyatop. Thyato. Gibt es vielleicht einen Ort, der so heißt in der Nähe? Ich glaube nicht, oder? Hüanacota. Was haben wir hier? Detara. Dekaidra. Er muss ja an der Straße liegen direkt. PGG. PPGG. Hilft mir auch nicht. Heli. Iselada. Anna. Okay, also kann auch hier auf der Seite sein. Ähm. Hier vielleicht die weiße Straße. Ah, die endet genau an der Grenze, was? Ah, nee. Führt nicht mal zur Grenze hoch. Aber hier gibt es eigentlich nur... Hier gibt es eine weiße. Führt die an irgendeinen See? Ich hoffe, der ist natürlich überhaupt eingezeichnet. Blanca, Verde. Saalada. Colorado. Kaipujana. Grande. Ja, unser ist ja eigentlich super klein. Laguna Honda, Laguna Ramandita, Laguna Kanaga und hier gibt es auch noch ganz viele kleine wow, okay, also hier gibt es richtig viel Scheiß wir sehen aber Hügel, vielleicht hilft uns das das ist auf jeden Fall die Ecke, nicht? da sind wir definitiv drin, irgendwo hier das sind die einzelnen Berge, die wir sehen und einer ist südöstlich, ja gut, also viele wie es hier gibt hilft uns das nicht, wenn wir nicht in etwa die Ecke wissen ich glaube nicht, dass ich die hier rauslesen kann die einzelnen Seen Chungaranga können halt auch auf der Seite sein hier gibt es weniger Straßen die an Seen liegen Ego Lagio Maricuanka also vielleicht wenn wir herausfinden, in welchem Reservoirpark wir sind dann finden wir das raus aber das ist schon gar nicht schlecht hier die beiden hier vorne rechts sehen eigentlich so aus als ob man sie dann auf der Karte erkennen könnte und es fahren relativ viele Autos okay also ein Auto ist hier schon relativ viel, würde ich sagen von daher ja so ein Ortsname hier wäre cool jetzt aber da ist einfach nur ein Pfosten okay, da ist auch nur eine einzelne Hütte da würde wahrscheinlich nur ein Name stehen von der einzelnen Person ja, aber Internet haben sie oder Strom aber eigentlich coole Zeit nicht dass man eigentlich nur Strom braucht um überall ein Netzwerk zu haben dass man gar nicht mehr an so eine Line gebunden ist die man braucht wo man sich anknüpft und irgendwelche Kabel stecken muss oh Mann okay, also Südwesten und Südosten sind Berge im Westen sind Berge vielleicht noch ein größerer See hier links das wäre richtig, richtig stark sonst hängen wir wieder 16 Minuten hier rum also Neue Seeland hat mich schon echt gebrochen aber wie ich gesagt habe nicht zu 33% äh liege ich zu 100% falsch und das dann auch eingetreten okay, kein See aber noch mehr Hügel oder auch Berge also im Süden haben wir ganz viele aber ich sehe halt den Osten auch gar nicht gerade durch den Hügel neben uns oh, da ist auch einer Südosten okay Südosten im Norden also eigentlich sind wir wirklich surrounded im Westen im Südwesten im Südosten und wenn ich das wieder anmache nicht, aber ich meine wo soll ich mich einklinken die beiden da und da die da hinten das sieht schon sehr markant aus das können die beiden sein das sieht gut aus die sind im Südosten das sind die hier dann sind wir auf der Straße und dann sollte ich nach Norden fahren aber von da da müsste ich auch die anderen sehen na okay das hier könnten die sein dass ich das sehe und das sind die Großen warte mal aber das ist ja Richtung Westen wenn ich die Richtung Westen sehe dann müsste ich hier eher sein hm ne passt nicht hundertprozentig weil ich das sieht das sieht schon echt nach denen aus vielleicht von der anderen Seite aber okay ich gucke ja westlich auf die und die sind nebeneinander ich brauche welche die eher so sind also eher so auf die beiden aber der ist so flach die sind schon echt markant hier hinten die sind gar nicht mehr so groß also das ist schon die die richtige Ecke würde ich fast sagen vielleicht hier hinten noch das könnten sie auch sein sowas hier ist der wirklich so flach oben krass aber hier gibt es hier mehr hohe Berge und hier gibt es mehr Ebene das passt schon echt gut die Ecke und das ist der große den wir neben uns hier sehen Richtung Osten und das ist vielleicht der Hügel den wir haben vielleicht ist das der See aber wir hatten auch keine abgehende Straße und auch kein Dorf so richtig passt das nicht und das könnte aber diese Kette sein die wir nach hinten sehen da äh nee wartet falsche Richtung nach da Süden ok wir fahren noch ein Stück weiter und dann drehen wir um 11 Minuten ich würde sagen wir fahren noch bis 12.30 einfach nur wenn dann nichts kommt dann lieber 10 Minuten in die andere Richtung düsen ok wir sind dichter an denen als ich denke ne viel dichter wir rasen hier richtig auf die zu da ist ja nichts mehr zwischen uns und denen jetzt noch mehr Autos ok 12.30 also kommt hier was ich fahre noch bis zur nächsten Kuppel bis ich die Straße ein bisschen weiter sehe und dann würde ich sagen drehen wir zur Not um hier kommt wieder das Dorf daran beziehungsweise diese eine Einwohner ja und das ist so flach dass ich nichts einsehen kann ich glaube hier geht es aber nach links runter wir fahren die ganze Zeit südwestlich jetzt macht das dann einen Bogen der Bogen wäre noch wichtig falls wir das auf der Karte identifizieren müssen aber geht wahrscheinlich dann Richtung Süden ok also südwestlich südwestlich Süden und die sind doch dichter und trotzdem weit weg da sind wieder einzelne Häuser ja und das macht einen Bogen ok ich speichere wir gehen zurück Nordosten und im Nordosten haben wir eigentlich nichts mehr an Bergen das ist eigentlich viel interessanter da steht auch nochmal dran Laguna Hianacota wir hätten ja auch einfach an einem großen See starten können dann wäre es vielleicht einfacher aber nein wir sitzen wieder am kleinsten See der wahrscheinlich nicht mehr eingezeichnet ist ja also im Norden ist gar nichts vor uns außer einer ist noch im Süden aber im Osten haben wir nichts also einer ist im dann sind wir hier oder einer ist im Süden und im Osten ist nichts ne vielleicht hier und wo sind dann die Doppelten vielleicht eher hier dann würden wir das ja sehen hier könnten wir sein vielleicht sind die Doppelten auch nur sowas aber glaube ich eher nicht vielleicht fallen copacabana sehen wir noch aber hier katschona sehe ich nicht wie heißt du pig lake waterfall ok also nach Osten eher nichts es gibt auch nicht viele weiße straßen laguna celeste laguna coranta castor na hier ist schon mehr los als man denken würde vielleicht sind wir auch hier das sind die Doppelten das ist das gebirge aber das ist laguna colorada und wie müssten ihr dann die hier sehen das sehen wir nicht das sieht anders aus ah man ich mein da hier so viele autos fahren muss ja irgendwo eigentlich ein Dorf eine Stadt oder irgendwas kommen bei der Menge wäre auf jeden Fall komisch wenn es nicht so wäre hm 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 berge berge besser triangulieren sind eigentlich schon sehr markant die die drei vier dinger die wir haben es gibt so viele spots und wir wissen nicht genau was welche höhe ist irgendwie sind die straßen nicht richtig eingezeichnet also gerade die straße hier besteht ja eigentlich aus ja weiß auch nicht aus aus nix also man kann ja froh sein dass man hier vielleicht überhaupt fahren könnte wow ah er hat uns gedreht wir wollen nach Nordosten er hat dann aber auch immer Renderfehler wenn er das macht oh mein jetzt haben wir die andere Runde schon überholt ah da vorne kommt was oder bist du nur ein strommast du bist nur ein strommast du kleiner kacker du ein ortsname hätte super geholfen ok fährt einfach auf die linke seite weil warum jetzt dir kommen andere autos dir entgegen ja wow ach so wahrscheinlich fahre ich rückwärts also wir fahren genau wir fahren eigentlich so rum ja und hier der der ist komplett einzeln aber der ist echt nicht so hoch oder der geht einfach nur wie so ein pickel rauf und das mit schnee bedeckt wenn man den mast dazu im vergleich sieht weiß halt nicht wenn der gut wenn er 30 kilometer noch weg ist nicht dann ist das natürlich ein doofer vergleich aber wenn der nur so ein kilometer weg ist dann ist der jetzt nicht die höhe die ich annehmen würde wahrscheinlich ist das mein problem wenn ich die karte angucke und hier die tausender raussuche und eigentlich haben haben wir hier so eine pest narbe nur von 20 metern wobei hier natürlich auch die einzigen sind wo vielleicht schnee liegt selbst die hier da wären nur die mit dem schnee bedeckt vielleicht können wir uns daran nochmal orientieren vielleicht sind wir einfach viel viel höher dass wir doch hier hinten drin sind aber wir da es Richtung Osten flach ist können wir hier eigentlich nicht sein wir können nur hier sein irgendwo und irgendwo raus kommen gerade zum Beispiel über die Straße hier aber das wäre in unserer Ecke wo ich eh gedacht hätte dass wir sind und da passt die Straßen Führung einfach nicht dazu ich meine wir könnten wirklich Laguna Canapa ne das sind wir nicht Gret Lama hm ich bin immer noch der Meinung die beiden die ich gesehen habe sind das da oder das hier und dann wären wir doch auf der dann wird unser See aber nur nicht dran stehen und die diesen Abzweig da müssten wir jetzt gleich dann hinkommen dann ist das aber das kann nicht der weiße sein hier der sieht irgendwie kleiner aus eher wie wie sowas hier das würde eher passen aber das müsste ja dann Richtung Norden sein und Richtung Norden ja doch da ist ein großer ist da Richtung Norden aber der ist viel zu dicht dran an der Straße schwierig hier drüben können wir nicht sein nicht das sind wirklich diese Pocken nahen Berge hier würden wir zwischen zwei großen durch fahren das wäre uns aufgefallen hier gibt es keine Straße rüber wegen Grenze hier könnten wir halt noch irgendwo drin sein das wären die einzige zweite Ecke wir fahren nach Nordosten weiter schneid euch an das kann länger dauern hier ist eine Straße komme ich in die rein das wieder nur ein einzelnes Haus würde ja schon helfen wenn da dran stehen würde das ist irgendwie Haus X im Dorf so und so okay da wird es auf jeden Fall immer unruhiger im Osten das trifft schon auf das Zeug hier also die Höhe sind wir wenn wir nachher ganz wo anders sind bin ich echt enttäuscht weil unser laguna steht halt nirgendwo dabei und hier steht die jeder kleinste scheißsee und hier Sandana würde auch auffallen vom Namen her hier könnten wir sein und dann müsste die Straße so weiter gehen und das tut sie halt nicht unsere Straße geht so und so das passt schon total auf die hier oder auf die da ah der See heißt Colorado halt und da gibt es noch eine andere Straße und das haben wir halt nicht und hier können wir nicht sein weil wir müssen auf der Höhe sein hier sind keine Berge wieder eigentlich gibt es ja nur die eine Straße oder die es gibt nur die beiden Straßen oder die aber die passt wieder gar nicht Bella Vista da haben wir es wieder irgendwo ran gesoomt und Bella Vista oh man muss ich mich jetzt da wirklich durch klickern so ein scheiß so schön wie heute so ein scheiß den würde ich nie mehr sehen oh endlich da haben wir es Tomarapi Caripe Ojas Jansi Tomarapi Albergue Haberkerke ok sehen wir die denn Tomarapi Olagü wer hier ok also hier sind wir nicht Shiguanguana nee Conchi Asconi ist Tomarapi größer ich glaube oder den Namen habe ich irgendwie schon mal gehört Tomarapi ich meine gibt es vielleicht hier hinten auch nochmal so eine Art Felsformation nee nicht die mit dem Pockennamen gibt es nur hier bis aber hier unten Tamberia Gusi 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 Ah hier war wieder die Ecke mit den Doppelnamen Tamentica ich habe ja gesagt eher auf der Seite nicht Carrippel Oyansani Tomarapi Tomarapi hier da sind wir ok krass ja ok passt auch das Giraffel die Berge sehen anders aus aber hier sind die mit dem Schnee so wo fahren wir denn gerade Lang Carrippel Tomarapi das soll der große sein an dem wir gerade vorbeifahren never never ever wo sind die beiden Doppelten die müssen ja so dann stehen das können die sein aber sie sind zu weit weg das ist das was wir im Hintergrund gesehen haben das große Gebirge also es kommt Carrippel danach und wo ist Oyansani es müsste am Ende dann liegen was hm ok das sehe ich jetzt nicht gut kann auch irgendwas kleines auf dem weg sein wo auch immer der weg halt lang geht so aber unser dorf direkt wo wir jetzt reinfahren heißt anders da steht ja nur dran wo es hingeht und wir heißen jetzt albergo Tomarapi ok wir sind ein Tomarapi ist das unser See und der hat keinen Namen colt scharappe ok und samya habe ich auch nicht gesehen hm das ist natürlich wieder klasse dass unser Landmark nicht eingezeichnet ist hier ein Krater hm ok ähm ich speichere mal ab und gehe zum Anfang zurück der See liegt eigentlich nördlich passt dann sind wir irgendwo hier nicht von der Form her passt das sogar das ist hier der das Ding und wir sind noch das der Ausläufer das heißt wir sind da bingo bongo ein punkt liegen gelassen 92 meter ok bei so einer langen strecke aber das hat so never also der ist doch größer aber er läuft flach zu nicht und hat dann hohen hügel das sieht so komisch aus und wo sind jetzt die beiden das sind die beiden großen hier hintereinander so schräg alles klar und das ist das Gebirge gewesen aber dass es so frei ist hätte ich nicht gedacht als wir hier lang sind also so frei sah das nicht aus und so glatt vor allem und das hier sah nicht so hoch aus gut wir sind ja eigentlich gar nicht wir haben die ganze Zeit auf sein Gebirge geguckt nicht also wir haben das hier gar nicht gesehen wir sind nicht viel rumgefahren einen Punkt liegen gelassen ich hätte nochmal gucken sollen aber es war mir jetzt schon zu lange und aus